Okay. Also Haupt-Quest, sagen wir so, ist ja, ist auf jeden Fall den Dieb vom Blumenladen. Aber, hallo, die arme, die arme Frau, die wurde da voll, vielleicht wollte er Witwer werden oder so. Ich gucke mal. So, das Herrenhaus. Dr. Erko. Ich glaube, das ist sie? Du sagst rechtlich, Herr Fordham. Meine Entschuldigung, aber ich dachte, die Polizei hat bereits eine Arreste gemacht. Das stimmt. Aber es gibt noch ein paar Worte nach dem Mann. Kann ich bitte Ihren Namen, Herr? Ich bin Dr. Fellows. Madame Dupre ist eine private Physikerin. Ich glaube, sie ist in kein Zustand zu beantworten Fragen. Ich bringe sie mal. Ich bringe sie mal. Hey, jeder setzt seine Prioritäten anders. Hallo? Schon was davon gehört? Dr. Fellows. Madame. Tell me about Madame Dupre. Wahrscheinlich nicht. Mit zwei Stunden kannst du ja eh das Spiel testen. Ja. Ja, aber sowas mache ich nicht eigentlich. Weil, wenn ich es mir kauf, dann kauf ich es mir. Peach, du bist ja noch Topmodel. Du siehst gut aus. Musst du ja nicht Katjas Dinger essen. Katjas, yes, 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 yes. Bip. Werbung. Oh, du Snooki-Pumps. Nee, im Moment esse ich echt viel Scheiße. Das muss ich ändern. Ähm. Zwölfter, glaube ich. Zwölfter, Zehnter. Also, auf jeden Fall natürlich nach der Wiesn. Mach ich wieder ein, äh, ein kleines, äh, Fasten-Päuschen. Zehn Tage. Äh, mach ich dann wieder Fasten. Da freue ich mich schon drauf. Es wird anstrengend. Die ersten, das erste Wochenende. wird wieder mega Kopfweh-Wochenende sein. Da werde ich nichts machen. Und, ähm, dann gibt's nur... Product Placement, genau. Dann gibt's nur zehn Tage Brühe und Tee und Wasser. Und ich sag euch, es ist schon anstrengend. Du fühlst dich auch ein bisschen schlapp und sowas. Aber, du hast weder Suppenkoma tief oder Müdigkeit am Mittag. Du kannst supergut schlafen in der Nacht. Das ist echt, äh, ich... Ich bin immer total begeistert, wenn ich das mache. Du fühlst dich natürlich besser. Und es macht wahnsinnig viel aus. Und da freue ich mich auch schon. Ja. Und dann kannst du einfach mal wieder runterfahren. Und auch wenn du so eine... Weil wenn du mal eine Zeitlang viel Süßes isst, dann kommst du da echt so schwer wieder weg. Kennt ihr das? Das ist halt Zucker. Zucker ist Suchtmittel. Und, ähm, wenn du das aber mal so richtig runtergeschraubt hast wieder, dann läuft das wieder ein bisschen. Das ist dann wieder besser. So. Über den Tod von Dupre. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Posttrauma-Untersuchung. Forgiftung? Posttrauma-Untersuchung. 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 Das sind all die Fragen, die ich für heute habe. Ich hoffe, ich habe sie adäquat. So. Nachricht. Verdächtige? Verdächtige? Hier. Eine verfrühte Beerdigung. Hat Albert Martin wirklich getan, bevor er beschuldigt wird? Trägt er die Schuld daran, dass Madame Laura Dupré fast lebendig begraben wurde? Oder war es jemand anders? Bewohner des Dupré-Herrenhaus befragen? Albert Martin im Gefängnis befragen? Grabmal des Chestertons untersuchen. Jo. Jo. Oh, okay. Ähm, ne. Wahrscheinlich wurde sie unter Drogen gesetzt oder sowas, oder? Vergiftete Drogen. Laura? Laura Croft oder Kappa? Laura? Laura ist die Croft. Laura? 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 Hervorragend. Okay, ihr wisst nicht, wie sie bescheuert, kleiner Mann. Wie heißt sie in der Wogen? Wie ist sie in der Wogen? Wie ist sie in der Wogen? Wie? Wie... Piratendukaten? Geil! Wie heißt sie in der Wogen. Wie ist sie in der Wogen? So, bis dann, Vögelchen. Wie geil. So, nach oben? Hochzeitsbild? Können wir ja reden dann erstmal mit ihm, bevor wir uns umschauen? Oh Gott, wie schaust du denn aus? Dein Backenbart hier bis runter. Madame Dupré? Oh, oh. Ich bin selbst. Er, Papa Kai ist gar nicht. Er, Papa Kai ist gar nicht. Ich bin selbst. Er, Papa Kai ist gar nicht. Oh, ein bisschen davon. Und ein bisschen davon. Nichts ist so spannend als was du, ich bin sicher. Oh, erzähl mir. Die meisten schlechte Menschen anfangen, wenn du sie siehst? Ich glaube, es ist eine Lauf-Wriot, sie sehen sie weg. Nein, Herr Montgomery, die meisten nicht. Was bist denn du für einer? Bekannt von mir, er hat Papageien. Der kann die Stimme von meinen Familienmitgliedern nachmachen. Krass. Das ist voll geil, der hat schon ein paar... Der hat dich schon ein paar Mal verarscht. Das glaube ich. Das ist ein ziemlich exotisches Pferd, das du hast. Ich liebe ihn, zu sehen. Er hat so schöne Farben, nicht? Das macht er. Du weißt, ich habe immer gefragt, was er vielleicht schmeckt. Ist das schlecht, denkst du? Ich... wirklich konnte es nicht sagen, Herr Montgomery. Danke für deine Zeit. Nein. Danke dir. Für Jahre. Der kommt mir aber ein bisschen schwul vor. Was? Das ist ein ganzes Lules in der Welt. Der Mann habe mich nicht gewfelt. Das ist ein ein ganzes Lülles in der Welt, um spielen wie ein Schlech. Der Mann wird wissen. Das ist toll. Ein schönes Lülles in der Welt. Der Mann hatte in der Welt. Er. Das war's. Dann. Es muss ein schönes Ort sein, um zu sitzen und hören zu Musik. Warum braucht jemand so viele Blätter in einem Raum? Vielleicht ist es um die Odörungen der Chemikalien auf der Arbeitstation. Hm, könnte es sein. Vielleicht müssen wir hier nochmal irgendwas spielen, oder? Kann bestimmt sein. Arbeitsplatz. Ein Musiker, wie er im Buche steht. Okay, wir nehmen einfach mal die Pinzette. Ich kann nur wundern, was sort of potions Andrew concocts in this thing. Dr. Tennyson's Vigorpills. These would make a sloth act like a hummingbird. A gentle reminder that everyone's time is slowly running out. Decadent. Okay. Ausgang. Schauen wir mal in die anderen Zimmer noch rein. Ich hoffe, wir kommen da rein. Ich glaube, ich sollte nicht überrascht sein. Äh, habe ich da irgendwie, dass ich sagen kann, ich kann die Pinzette ein nützliches Werkzeug, um Gegenstände zu greifen, die für menschliche Hände zu klein sind, oder um diese verdammten Augenbrauenhaare zu zupfen. Ich dachte, ich kann mit der Pinzette das aufbrechen oder sowas. Looks like it would make a nice cozy spot to retire. If I hadn't already retired from life, that is. Let's have a look through these papers. .